Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Führerschein Deutschland. Heute zeige ich dir ein paar Fragen zum Thema Vorfahrt, die du unbedingt für deine Prüfung können musst. Erste Frage, wir haben eine abknickende Vorfahrtstraße, das sagt uns immer hier dieses Zusatzzeichen. Wir sind auf der Vorfahrtstraße, also haben wir Vorfahrt. Der Motorradfahrer ist allerdings auch auf der Vorfahrtstraße, also haben wir beide Vorfahrt. Wir wollen allerdings die Vorfahrtstraße verlassen, das heißt wir kreuzen uns mit dem Motorradfahrer und dementsprechend müssen wir dem Motorradfahrer noch Vorrang gewähren. Die meisten Vorfahrtsfragen geben natürlich immer volle 5 Fehlerpunkte. Hast du 2 von denen in der Prüfung falsch, gilt die Prüfung schon als nicht bestanden. Deswegen sollten wir hier uns auf gar keinen Fall einen Fehler erlauben. Ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen, das ist vollkommen korrekt. Ich muss blinken, nein wir müssen nicht blinken, wir fahren geradeaus weiter. Das Motorrad muss warten, ist in dem Fall hier auch nicht richtig. Ähnliche Frage, nur mit anderen Fahrzeugen und diesmal ist es so, wir sehen wieder die Vorfahrtstraße geht nach links weiter. Wir sind auf der Vorfahrtstraße, der grüne Traktor ist auf der Vorfahrtstraße, also haben wir beide Vorfahrt. Der Rote interessiert uns also gar nicht, der hat ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen, der muss warten. Der Traktor möchte die Vorfahrtstraße verlassen, kreuzt sich also mit uns, dementsprechend dürfen wir als erstes fahren, danach der Traktor und als letztes der Rote. Gibt auch wieder volle 5 Fehlerpunkte, wer darf zuerst fahren? Eine Videofrage gibt natürlich auch volle 5 Fehlerpunkte. Achtung, hier gibt es eine große Verwechslungsgefahr und das Problem ist, in der Prüfung, wenn du bei der Frage bist, kommst du leider nicht mehr zum Video zurück. Das heißt, du musst diese Fragen auf jeden Fall kennen und können. Apropos kennen und können, hier im Videokurs habe ich alle 1190 Fragen ganz genau für dich erklärt. Erster Link in der Videobeschreibung und ich pinne es dir sogar nochmal unten in die Kommentare. So, wir schauen uns mal die Frage an und die Frage ist, was ist in dieser Situation richtig? Ich muss mich mit dem Fahrer des blauen Pkw verständigen. Ich muss warten. Der blaue Pkw muss warten. Wir hatten ja keine Vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen, als wir in diesen kreisverkehrförmigen Verkehr reingefahren sind. Dementsprechend gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links. Der blaue steht rechts vor uns. Das heißt, wir müssen warten. Der blaue Pkw darf fahren und da müssen wir auch nicht irgendwie spielen, sondern die Regel rechts vor links gilt hier. So, 5 Fehlerpunkte gibt dann noch diese Bilderfrage. Hier ganz genau, wir haben nicht das Verkehrszeichen, das blaue Geburtszeichen mit den drei weißen Pfeilen drauf Kreisverkehr, sondern das ist eine ganz normale, ja, Kreuzung kann man nicht sagen. Es nennt sich kreisförmiger Verkehr, aber hier gilt halt die Regel rechts vor links. Diesmal sind wir vor dem gelben, das heißt, wir dürfen zuerst fahren. Der gelbe muss in dieser Situation warten. Welches Verhalten ist richtig? Der gelbe Pkw muss warten, das ist richtig. Ich muss warten, ich muss blinken. Achtung, es ist kein Kreisverkehr. Die Fahrtrichtung nach rechts ist vorgeschrieben. Und wenn wir nach rechts abbiegen müssen, dann müssen wir auch den Blinker setzen. Kurz nochmal zur Erinnerung. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Sind zwei davon richtig? Du kreuzt aber nur eine an, gilt die Frage als falsch und du würdest in dem Fall volle fünf Fehlerpunkte kassieren. Zwei von den Fragen, du kannst direkt nach Hause gehen. Wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Diesmal keine abknickende Vorfahrtstraße. Dafür würde uns hier dieses Zusatzzeichen fehlen, sondern eine ganz normale Vorfahrtstraße. Das heißt, wir haben Vorfahrt und der aus dem Gegenverkehr, der Motorradfahrer, hat hier auch Vorfahrt, weil es ja die Vorfahrtstraße ist. Das heißt, der gelbe hat ein Vorfahrtnehmer des Verkehrszeichen, interessiert uns also überhaupt nicht. Das ist sowieso der letzte, der fährt. Hier geht es nur um uns und den Motorradfahrer. Ich darf vor dem gelben Pkw abbiegen. Ja, jeder darf vor dem gelben Pkw abbiegen. Wie gesagt, wir haben Vorfahrt. Der gelbe, der muss eh warten. Ich darf als erster abbiegen. Natürlich dürfen wir vor dem gelben Pkw abbiegen. Wir sind auf der Vorfahrtstraße. Wir haben Vorfahrt. Jeder darf vor dem gelben Pkw abbiegen. Das ist sowieso der letzte, der fährt. Ich darf erst nach dem Motorrad abbiegen. Das ist richtig. Wir müssen beim Abbiegen Vorrang gewähren mit allen, die sich mit uns kreuzen. Der Motorradfahrer darf in dem Fall zuerst fahren. Danach dürfen wir erst abbiegen. Als Linksabbieger bist du meistens eh sowieso der letzte, der fährt. Würden hier links noch Personen über die Straße gehen, dann müsstest du auch denen Vorrang gewähren. Erst nach dem Motorrad. So, jetzt Achtung. Wir haben ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. Ein Vorfahrtgewähren. Wenn wir ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen haben, dann hat der Querverkehr dementsprechend ein Vorfahrtgebendes. In dem Fall die Vorfahrtstraße. Das heißt, der Querverkehr darf vor uns fahren. Und jetzt haben wir dann noch den gelben Transporter im Gegenverkehr. Der muss ja auch warten. Er fährt aber geradeaus. Wir wollen abbiegen. Und wir haben ja schon gesagt, als Abbieger musst du den Gegenverkehr vorrang gewähren. Das heißt, als allererstes fährt der rote, danach der gelbe Transporter und als letztes sind wir dran. Ich biege vor dem gelben Fahrzeug ab. Auf gar keinen Fall. Da kannst du auch in der praktischen Prüfung direkt wieder umdrehen. Ich biege vor dem roten Pkw ab. Nein, wir haben ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. Wir müssen warten. Ich lasse das gelbe Fahrzeug durchfahren. Das ist richtig. Und das rote am besten auch. Noch mal ganz kurz zur Gegenprobe. Wir haben ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. Also hat der Gegenverkehr auch ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. Auch wenn es sich hier um den Bus handelt, hat er keine Sonderrechte. Das gilt übrigens auch, wenn er eine Straßenbahnlinie entlangführen würde, an dem kein Andreaskreuz steht, müsste die Straßenbahn in dem Fall anstatt des Busses auch warten. Also wir müssen warten. Der Querverkehr darf zuerst fahren. Der Motorradfahrer hat eine Einzelvorfahrt. Und dementsprechend kreuzen wir an. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Stimmt nicht. Denn der Bus muss genauso wie alle anderen Fahrzeuge auch Vorrang gewähren. Und da der Bus abbiegen möchte und wir geradeaus fahren wollen, dürfen wir vor dem Bus fahren. Eine der schwierigsten, wenn nicht sogar die schwierigste Frage, die als Vorfahrtsfrage in der Theorie 2024 drankommen kann, ist diese Bilderfrage, die ich hier offen lassen werde. Und ihr schreibt es mal kräftig unter dem Video in die Kommentare, in welcher Reihenfolge diese Fahrzeuge fahren dürfen. Und ich sage euch, das wird nicht einfach. Vielleicht ist eine Antwortmöglichkeit richtig, vielleicht sind noch alle drei richtig. Wer weiß es schon, das überlasse ich jetzt euch. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit der Auflösung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um den Kanal zu unterstützen. Schaut auch in den ersten Link in der Beschreibung. Und da ist der Videokurs verlinkt, da habe ich alle 1190 originalen Prüfungsfragen ganz genau erklärt, für dich verfilmt, nach zwölf Themen aufsortiert, mit anschließender Lernzielkontrolle, damit auch sichergestellt ist, dass du nicht in die Prüfung gehst und auf einmal irgendwelche Fragen auftauchen, die du davor noch nicht gesehen hast. Gehe also gut vorbereitet in die Theorieprüfung, denn Vorbereitung ist tatsächlich alles. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.